Jeder kennt das, ein Bewerbungsgespräch liegt an und man denkt sich, ich bereite mich mal vor und irgendwie wird schon alles gut gehen, aber letzten Endes ist man dann doch saunervös. Gegen mir auch immer so, ist ganz typisch, ist auch ganz normal, das ist nämlich letzten Endes wie in der Steinzeit. Man denkt sich, morgens ich stehe auf, habe mal irgendwie Bock auf Bären, dann gehe ich jetzt Bärchen sammeln und auf einmal steht da ein riesen Mammut vor einem und der ganze Körper zieht sich zusammen. Das Herz fängt an zu schlagen, die Atmung wird schneller, der Mund wird trocken, die Hände werden ein bisschen feucht, Magdarm spielt völlig verrückt. Das sind ganz normale Stresssymptome, die man hat, wenn der zukünftige Chef oder die zukünftige Chefin vor ihm sitzt. Ich sage jetzt nicht, dass die aussehen wie ein Mammut, kann auch ein Säbelzahntiger sein, ist völlig egal, auf jeden Fall hat man Stress. Jetzt ist die große Frage, wie kriege ich diesen Stress in den Griff so, dass es nicht auffällt. Ein bisschen nervös ist völlig normal, also jeder Chef wird verstehen, dass man sagt, natürlich ist man nervös. Das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass es irgendwie was Aufregendes ist, ist auch gut so. Aber es sollte eben nicht zu viel sein und es sollte idealerweise nicht mehr sein als bei den anderen Bewerbern, denn man möchte sich ja gegen genau diese durchsetzen. So, also die ganzen körperlichen Symptome, die man so hat, die kann man selber ganz gut beeinflussen. Fängt damit an, dass man erstmal sanft durchatmet, ganz in Ruhe zum Beispiel auch morgens aufsteht, einen normalen Tag anfängt, pünktlich ist, reichlich Zeit einplant, sodass man sagt, selbst wenn ich drei S-Bahnen verpasse oder der Bus, was weiß ich, der fährt heute nicht, ich komme trotzdem pünktlich an und muss mich nicht stressen. Ganz, ganz wichtig. Und dann natürlich überlegen, es ist ein Gespräch und kein Verhör. Ja, also das heißt, da geht es um Gespräch auf Augenhöhe, die Neugier ist ja auch groß, man möchte ja mal erfahren, wie ist das denn hier eigentlich so, ein paar gute Fragen stellen, vielleicht sich auch ein paar Notizen machen. Und auf einmal sieht die Welt ganz anders aus. Und wenn es stressig wird, immer wieder durchatmen, wenn man nasse Hände hat. Mein Tipp ist dann immer, nochmal irgendwie Papiertaschentücher in die Hosentasche stecken, da kann man vorher nochmal sich ein bisschen die Hände abtrocknen, ohne dass es irgendwie komisch aussieht. Und für all diejenigen, vielleicht zähle ich auch dazu, die das auch so ein bisschen mit dem Magen-Darm dann haben und sagen, ich muss jetzt mal ganz schnell auf Klo und ich muss nicht nur klein, sondern auch groß, rechtzeitig nochmal eine kleine Toilettenpause einplanen. Und schon sieht die Welt ganz anders aus. Und dann ist es tatsächlich so, ganz, ganz wichtig, sei wer du bist. Also wirklich so sein, wie man ist, bringt ja nichts, wenn man versucht, sich irgendwie zu verstellen und so zu sein, als wäre man jetzt irgendwie so genau derjenige oder diejenige, die jetzt auf diese Jobposition passen, braucht man gar nicht wirklich man selbst sein. Es geht ja darum, dass die Firma, die Agentur, der Betrieb, wer auch immer, einen gewinnen darf, so wie man ist. Und das ist ein großer Zugewinn, davon sind wir jetzt auch mal ganz fest überzeugt. Und sich nicht irgendwie verdrehen muss, um da irgendwie irgendwelchen Leuten das Recht zu machen, das ist auf lange Sicht eben nicht besonders förderlich. Dazu gibt es auch nochmal ein paar Tipps, unter anderem bei tk.de slash Karriere, da kann man sich dann nochmal informieren. Und auf dem Snapchat-Kanal der Techniker findet man dann auch nochmal alle möglichen Informationen zu Karriereberufen und Möglichkeiten bei der Techniker.